Passive Investoren führen bei ETFs als einer der größten Pluspunkte immer wieder die Kosteneffizienz und auch die breite Diversifikation an. Auf der Gegenseite haben wir allerdings Leute, die behaupten, ETFs, das ist doch alles nur eine große Blasenbildung und wenn diese Blase platzt, dann haben wir einen Kollaps unseres Finanzsystems. Im heutigen Video erkläre ich euch, wieso wir so einen Kollaps aufgrund einer ETF-Blase nicht erleben werden. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Wenn du keine weiteren neuen Videos mehr rund ums passive Investieren verpassen möchtest, dann hau doch jetzt schon mal den Abo-Button und aktiviere auch gleich die Glocke, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und wenn dir dieses Video hier gefällt, dann freue ich mich, wenn du dem Ganzen jetzt schon mal einen Daumen nach oben gibst und damit starten wir auch schon mit diesem Video hier. Es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass in den vergangenen Jahren ETFs als passives Investmentprodukt große Beliebtheit gewonnen haben. Zum Beispiel mal, um hier ein paar Zahlen zu nennen, in den USA ist der Marktanteil bei Fonds von ETFs zwischen den Jahren 2006 und 2016 um 100% gestiegen, von 17 auf 34% am gesamten Fondsmarkt. Das heißt einerseits, die ETFs werden immer relevanter, aber haben sie denn schon eine relevante Größe, um den Markt in irgendwelche disruptiven Verwerfungen zu bringen? Beziehungsweise wie genau würde denn sowas aussehen und was ist der Denkfehler hier hinter? Der Denkfehler ist eigentlich relativ simpel von der Grundstruktur her, denn die Grundstruktur sind effiziente Märkte. Jetzt wird es aber etwas komplizierter, denn was sind effiziente Märkte überhaupt? Effiziente Märkte beinhalten im Prinzip alle verfügbaren Informationen, die zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Die sind nämlich schon im Preis eines Assets eingepreist. Das heißt, an der Stelle ist es unmöglich, Market Timing zu betreiben, außer man kann mit 100%iger Sicherheit die Zukunft vorhersagen, was zumindest gerechnet auf einen langen Zeitraum nur sehr, sehr schwer möglich ist, das verlässlich zu machen. Natürlich muss man an der Stelle auch anmerken, dass Märkte nicht immer 100% effizient sind, aber sie nähern sich einer 100%igen Effizienz auf jeden Fall immer wieder an. Wie funktioniert das Ganze? Die Informationen, die ich habe, wenn ich eine Aktie kaufe, weil ich zum Beispiel Gewinne von diesem Unternehmen erwarte, die werden dann automatisch in diesen Markt eingepreist. Die Informationen, die ich habe, die im Prinzip auch allen anderen Investoren, also zu diesem Zeitpunkt, zur Verfügung stehen, sind dann sowieso schon automatisch eingepreist. Und wenn ich als einzige Person eine Information hätte und aufgrund dieser Information eine Investmententscheidung treffe und eine Aktie kaufe oder verkaufe, dann ist diese Information automatisch eingepreist schon. Und insofern nähern wir uns hier also immer wieder einer effizienten Marktverteilung an. Jetzt kann man natürlich behaupten, naja, wenn alle jetzt aber passiv investieren würden, dann würde doch eigentlich gar nichts mehr passieren. Na klar, das Ganze setzt natürlich voraus, Markte können eben nur effizient sein, wenn es eben auch genügend Leute gibt, die den Markt schlagen wollen. Denn wenn alle passiv investieren, dann hätten wir quasi diese Effizienz nicht mehr, das Kaufen und Verkaufen, dann hätten wir im Prinzip plump gesagt keine Preise mehr. Der Markt würde also katastrophal ineffizient werden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir viele Leute haben, die marktgleich investieren, also in ein passives Portfolio, dann würden davon einige wenige aktive Fondsmanager profitieren, die aufgrund ihrer Entscheidung eben dann Gewinne erwarten. Und das heißt natürlich, wenn sie Gewinne von Unternehmen erwarten und deshalb diese Aktien kaufen, würde das die Effizienz des Marktes auf jeden Fall wieder erhöhen. Wir können die Markteffizienz sogar noch weiter erhöhen, indem wir schlechte Fondsmanager bzw. generell schlechte Investoren das passive Investieren beibringen. Dann wird nämlich keine Falschinformation mehr in den Markt eingepreist und er wird natürlich dementsprechend auch mit klaren Informationen eben bepreist und sogar effizienter. Das gleiche kann man natürlich auch andersrum erklären, das heißt, wenn die guten Fondsmanager und die guten passiven Investoren die verlässliche Informationen in den Markt pumpen, wenn die jetzt plötzlich passiv investieren würden, dann würde der Markt etwas weniger effizient werden. Das heißt also, eine effiziente Marktverteilung ist der Grund, weshalb wir keine ETF-Blase haben werden, denn ETFs bestimmen gar nicht die Bepreisung von Assets, in diesem Fall von Aktien. Diese Bepreisung, diese Informationen, die eingepreist sind, das sind die aktiven Investoren, die versuchen durch einen aktiven Investmentansatz eben Markttiming zum Beispiel zu betreiben, Stockpicking zu betreiben und somit eine langfristige Outperformance des Marktes zu erzielen und passive Investoren, die in ETFs investieren, profitieren quasi hier von dieser Effizienz, den diese Marktakteure in den Markt bringen und damit können sie an steigenden, zumindest langfristig gesehenen Aktienkursen profitieren. Was sagt ihr zu diesem Thema ETF-Blase und effiziente Märkte? Schreibt mal gerne eure Meinung hierzu in die Kommentare. Ich freue mich da wie immer auf den Austausch mit euch und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch mal einen fetten Daumen nach oben da, denn das soll es an der Stelle gewesen sein. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann haut doch schon mal den Abo-Button und aktiviert auch gleich die Glocke, dann werdet ihr mich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt und ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!